Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin und der gesamte Kryptomarkt tief rot, nicht nur die, auch die Stockmärkte in den USA haben wie erwartet rot gestern geschlossen bzw. sind ordentlich nach unten hingerauscht. Wir haben leider nicht mehr unseren Short-Einstieg bei Bitcoin bekommen, also da haben wir ja gestern noch drüber gesprochen, dass wir ja früh den WIC noch hatten, den hätte ich mir gerne noch geholt. Wir sind dann auch perfekt in die Zielzone eigentlich reingekommen, dass wir nochmal nach oben hätten gehen können in Richtung 60.100 US-Dollar bzw. hierzu mit diesem WIC holen bei 59.800 US-Dollar. Hat nicht gereicht, wir sind direkt nach unten hingerauscht, wir sind sogar schon tiefer gefallen als ich gedacht habe, aber der Rest läuft auf jeden Fall. Es wurde noch eine neue Position getriggert, die anderen Trades laufen alle mega, mega gut. Wie wir jetzt weiter fortfahren, das wollen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ob wir schon wieder long gehen können oder ob wir lieber doch nochmal einen kleinen Short eingehen sollten, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Bevor wir wieder starten, lasst das Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten kostenlos wie immer in der Videobeschreibung. Und sucht ihr noch eine Börse, wo ihr das Ganze traden könnt, was wir hier alles besprechen, alle Trade-Setups, alle Spot-Positionen etc. Kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen, den Link dazu findet ihr auch unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte, wo ihr euch anmelden könnt und immer wieder gute Boni abgreifen könnt. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, Bitcoin bei 56.600 US-Dollar. Wir sind sogar in der Spitze heute Nacht auf knapp 55.500 US-Dollar gefallen. Also wir nähern uns langsam aber sicher so meinem Hauptziel, wo ich ja gesagt habe, okay, dort unten könnten wir long gehen bei 55.000 bzw. 54.000 US-Dollar. Man muss dazu sagen, wir werden ja dann nochmal auf die US-Märkte herangucken, die hat es gestern auch ordentlich erwischt. Wurden einige liquidiert auf jeden Fall in den USA bzw. an den Stock-Märkten, was Krypto hier natürlich auch nochmal deutlich runtergezogen hat. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen stört, ist, dass wir hier oben unsere Position nicht mehr abgeholt bekommen haben. Ist jetzt so, ansonsten läuft BTC komplett nach Fahrplan, wie wir das besprochen haben. Long Position, wie gesagt, würde ich jetzt hier erstmal komplett davon abraten. Wir haben jetzt hier einen langen Docht nach unten hin erstmal gebildet. Wir sind sehr, sehr nah an unserer Zielzone von unserem Golden Pocket bzw. hier unten bei 55.200 bzw. 54.500 US-Dollar. Das ist eigentlich so die Zone, die ich gerne noch erreichen würde, bevor wir hier in irgendeiner Art und Weise long reingehen. Das heißt, alles, was jetzt hier dazwischen ist, ist No Trade Zone für mich. So kann man das, oder so nenne ich das ja öfters, bleibe ich auch dabei. Hier werde ich in keine Position reingehen. Wir werden jetzt erstmal abwarten, wie sich so die nächsten Stunden entwickeln. Wir haben schon Mittwoch. Das heißt, so Richtung Donnerstag oder sowas könnte dann schon wieder ein bisschen mehr Plus nach oben hingehen, was aber auch eher darauf hindeutet dann, dass wir hier wirklich nochmal so ein tieferes Tief reinsehen mit einer möglichen Bullish Divergence und von hier aus dann, sage ich mal, eine Erholung nach oben hin sehen. Vielleicht holen wir uns dann auch erst diesen Bereich hier um 60.400 bzw. 61.000 US-Dollar. Das wird sich dann zeigen, aber das ist für mich hier unten jetzt erstmal so die kleine Long Zone, die ich mir vorstellen könnte. Stop-Loss technisch muss man hier natürlich extrem aufpassen. Normalerweise sage ich ja immer, ja bis zum nächsten Wig. Der nächste Wig liegt aber bei 48.000 US-Dollar. Das heißt, ich gehe hier, wenn ich euch das mal ganz kurz prozentual zeigen darf hier, ich werde hier keine 12% an Risk reingehen. Das heißt, wir werden hier klipp und klar wahrscheinlich nur das Golden Pocket erstmal abdecken. Das heißt, so kurz vorher werden wir hier reingehen und dann sage ich jetzt einfach mal so grob bei 53.200 US-Dollar. Aber auch hier, weil wir jetzt gleich auch noch zu Gold zu sprechen kommen, kommt es aber natürlich auch auf die Bewegung an. Viele haben gestern gefragt, warum ich nicht in den Gold Long reingegangen bin. Es war zu impulsiv. Gehen wir jetzt gleich nochmal, wie gesagt, nochmal ein bisschen näher drauf ein. Sollten wir hier auch komplett impulsiv einfach nach unten hin durchbrechen. Das heißt, auch hier keine Limit Orders würde ich hier überhaupt nicht empfehlen. Dann lasst die Finger davon. Dann wird sehr, sehr wahrscheinlich auch die 48.000 US-Dollar erst die nächste Möglichkeit für uns, hier in irgendeinen Long reinzugehen. Nur schon mal so als kleiner Gemeinde. Ansonsten kurzfristig RSI absolut abgestürzt. Wir haben sehr, sehr starken Verkaufsdruck. Grundsätzlich jetzt erst einmal, dass wir eine kurze Erholung sehen, ist auf jeden Fall drin. Nachhaltig würde ich auf jeden Fall behaupten, dass wir hier auf jeden Fall nochmal runtergehen, eben in unsere Bereich der 55.000 US-Dollar. Der Erholungspotenzial ist natürlich da durch den niedrigen RSI, durch die Abverkäufe heute Nacht. Trotzdem würde ich hier jetzt überhaupt erstens nicht in den Long reingehen. Zweitens, Short-Einstieg hat sich hier für mich auch erstmal erledigt. Wenn, dann wäre hier oben eben der Entry gewesen bei 59.800 US-Dollar, den wir gestern knapp verfehlt haben. Ist so, kann man nicht ändern. Es kommen neue Chancen auf uns zu. Ja, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Dort wäre jetzt grundsätzlich unser Long-Einstieg heute Nacht gewesen. Auch hier warten wir jetzt erst einmal noch. Wir sehen, nochmal kurzer Blick rüber zu Bitcoin, dass wir uns hier unserem Golden Pocket nähern. Bei Ethereum sind wir schon im Golden Pocket, haben aber ebenfalls einen sehr, sehr langen Docht gebildet. Das heißt für uns, jetzt erst einmal kurz abwarten. Ich möchte diesen Wick hier unten noch ein bisschen gefüllt haben. Das heißt, diese Position würde ich gerne hier unten noch abgeholt haben. Wir ziehen unsere Zielzone nochmal ein bisschen rüber und ziehen das auch nochmal so ein bisschen rüber, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Also ich möchte diesen Wick geholt haben. Ich möchte, dass Bitcoin runtergeht in Richtung so 55.200 US-Dollar circa. Das wäre dann unsere nächsten zwei Long-Positionen im Kryptomarkt, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte. Und die auch Sinn ergeben. Ob wir dann hier hochkommen in Richtung Golden Pocket, das wird sich dann im Endeffekt erst zeigen, sobald wir die Position abgeholt haben. Beziehungsweise wie sich die Märkte dann entwickeln. Wir müssen es ein bisschen runterziehen, weil der Wick auch ein bisschen tiefer war. Aber das werden so unsere nächsten Positionen. Vor allem, was mir jetzt noch ein bisschen Hoffnung geben könnte, ist, dass wir hier drüben noch so ein bisschen Liquidität liegen haben. Das heißt, es würde echt gut passen, runter, dann hoch in Richtung 2.600 US-Dollar und dann möglicherweise in der nächsten Woche vielleicht oder in der übernächsten Woche, dass wir uns dann hier unten unsere Spot-Position bei 2.090 bzw. 2.080 US-Dollar holen. Also hier könnte auch heute möglicherweise ein Entry dazukommen. Bitcoin, Ethereum, beide Long-Positionen jetzt hiermit erklärt, auf was es ankommt und wann wir hier reingehen sollten. So, dann zu Gold. Gold muss ich sagen, also wie gesagt, da war gestern schon mal ein bisschen Diskussion unter, ich glaube unter diesem Post, wann ich eben Gold Long gehe bzw. warum ich nicht Long Gold gegangen bin. Zwei Aspekte. Ich habe gestern im Video früh dazu gesagt, wenn wir hier impulsiv durchfallen und so war es auch. Wir hatten eine sehr, sehr impulsive 1-Stunden-Kerze plus die darauffolgenden auch sehr, sehr impulsiv. Wir sind durchs Golden Pocket gefallen. Daraufhin habe ich dann extra nochmal da drunter geschrieben, Leute, ich habe es im Video gesagt, sollten wir impulsiv durch das Golden Pocket drunter fallen, werde ich erst beim zweiten Entry reingehen. Unser zweiter Entry lag hier unten bei 2.470 US-Dollar. Genau hier, wo auch unser Wicklick. Die Position wurde um 2, ja 3 US-Dollar nicht abgeholt, was nicht ist, kann aber noch kommen. Also ich schreibe die Position noch nicht ab, deswegen bleibe ich jetzt erstmal dabei, bei diesem groben Fahrplan auf längere Frist. Kurzfristig hoffe ich, dass wir hier im Laufe des Tages nochmal runtergehen, weil wir eben hier diesen Docht noch zu füllen haben, die Ineffizienz noch zu füllen haben, dass diese Position noch abgeholt wird und dass wir dann im Endeffekt erst diesen Weg nach oben hin einschlagen. Also die Position bleibt noch, grundsätzlich zur Erklärung, warum ich da einfach gestern nicht reingegangen bin. Mir war die Bewegung zu impulsiv. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, oh ja, wärst du halt doch einfach reingegangen, dann wärst du jetzt hier schon, ich sage jetzt mal 0,7% im Plus. Man kann nicht alles haben, man muss auch ein bisschen Risiko abwerten, vor allem weil momentan viele Trades laufen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Deswegen warten wir hier erst einmal noch ein bisschen ab. So, gehen wir rüber zum DAX. DAX dafür einfach perfekt oder besser kann es nicht laufen. Ich habe gestern noch ein Video dazu gesagt, dass ich schon hier oben short gegangen bin für alle anderen. Zweiter Entry wäre bei 19.100 oder halt, wenn hier sich nochmal eine Divergenz ergibt. Wir haben ein höheres Hoch gebildet, wir haben eine schöne Divergenz gebildet und der Markt ist abgerauscht. Ich vermute, dass das heute nochmal ein bisschen tiefer reingeht. Ich würde hier auf jeden Fall erst einen Take-Profit nehmen, Stop-Loss Entry. Dadurch, dass die US-Märkte aber gestern so abgerauscht sind, ist es gut möglich, dass wir hier noch einen zweiten Take-Profit dann auf jeden Fall heute bekommen. Den würde ich mir so bei 18.570 Punkten reinlegen. Also der perfekt wieder gematcht, beziehungsweise perfekt aufgegangen, der Trade. Freut mich für alle auch, die den mitgenommen haben möglicherweise. Das heißt, Gold warten wir, DAX läuft perfekt. Und last but not least, unsere zwei Forex-Trades müssen wir auch noch dazu sagen. Auch die laufen weiterhin sehr, sehr gut. Dritter Take-Profit wäre hier unten und hier unten würde ich dann auch eine Hedge-Position aufmachen. Das heißt, wir werden hier unten dann sehr wahrscheinlich wieder long reingehen. Gleiches Spiel bei britisches Pfund gegenüber US-Dollar. Auch der läuft perfekt. Zwei Take-Profits. Auch hier werde ich dann einen kleinen Hedge-Trade planen. Und gehen wir noch ganz kurz rüber in die US-Märkte. Hier muss ich leider sagen, dass meine Position nicht abgeholt wurde. Also ich glaube, wir müssen das mal auf den zweiten Chart hier gucken. Ja, genau. Meine Position wurde nicht abgeholt. Plan war ja gestern noch. Das habe ich ja im Video gesagt, dass wir nochmal ein höheres hochkriegen. Und dann dieser Abverkauf kommt. Ist leider nicht dazugekommen. Wir haben direkt zu Handelsbeginn, das sieht man hier an dem kleinen Gap hier unten, haben wir gleich mal einen Abverkauf von 2% bekommen. Vielleicht kriegen wir hier nochmal die Chance, wir haben jetzt hier unten noch ein Gap, dass sich im Laufe des Tages nochmal diese Möglichkeit ergibt, dass wir nochmal hochgehen. Das heißt ins Golden Pocket und dann einen weiteren Abverkauf, um das Gap zu füllen, beziehungsweise sogar das tiefere Gap hier unten zu füllen. Das wird sich noch zeigen. Also wir haben auf jeden Fall eine spannende Woche. Das kann man mal so gerade festhalten. Spannende Woche mit sehr, sehr vielen Trades, die auch noch auf uns zukommen könnten, beziehungsweise die jetzt in den nächsten Stunden interessant werden könnten. So, dann war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben. Ansonsten Altcoins, Webseitenlinien, macht da nichts, ist wichtiger. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Und ja, wie immer, stay crypto.